hallo hallo guten abend guten abend es ist system gedribbelt dann können wir weiter guck mal das loadout hier doppel sparks piste ja ja warte jetzt aber weiter okay achso david davant davant range was trabant ja trabant das war aber so 15 jahre badezeit ich habe mir schon aufgeregt aus meiner 6 vor 15 jahren bestellen vor 15 jahren schweiz irgendwann so 15 jahre später ja hier bitte ihr trabant weil ich habe ein auto bestellt trabant manche 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 recht so ey was du hast du da hinten da hinten da hinten ist alles mal weiter nicht na klar schlach die 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 press sie pressen kurz daneben da war es da war es da war es was was das ist auch richtig an meinem roh vorbeigezieht da brücken da war es nois da war nix da war es da war es da war es da war es das ist nice geht doch kacken hier die spritze am leben von hier spritzen auf der map wir sind ganz schön leise unterwegs kritik kritik das ist kritik ich hab schon wieder ein richtig schönes meines thema für für müssen wir das noch an der spüren keine zeit mein freund in der nächsten folge darüber reden ja okay weil ich muss ja ich muss eben kurz etwas raussuchen ein bisschen viel von menschen Sorry. Oh. Oh Manni. Ich bin extra daneben. Er nimmt die. Bei Ludia ist er nehm ich die. Mittagspause. Was für mein Kaffee? Es gibt kein Kaffee hier. Hier oben ist der Memo. Da bin ich aber falsch. Hier gibt's nur Bier. Kein Kaffee reden. Bin ich hier nur gelandet ey. Ihr Ferkel. Ihr Unheule. Was? Die nehmen auch nach dem Motto, wenn ich sie schieße. Da oben. Wo denn? Flau schießen. Da. Irgendwo da. Das ist noch nix. Das sieht schießt gut aus. Ich seh nix. Boah, das ist was für Spaß. Da geh ich nicht. Geh lang. Was ne Freude. Seht ihr wen? Nö. 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 Wir sind wieder drin. Drinnen oder oben. Irgendwo. Nö. 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 Da hab ich Wasser gehört Vor uns irgendwo Schlecht Ja noch mehr Leute Ist Wasser nicht ganz unten? Ja eigentlich dahinten Aber vielleicht ist hier irgendwo noch Wasser Wenn man da runter geht Da unten unten ist Wasser Da unten wo der andere Boss Also wo sonst der andere Boss gekommen Mal kurz ein Ding eingelöst Mal ja auch Also ich hab ne Automat Ich geh erstmal vor Ja dann down Dann Raben Ja dann geh mal oben rein dann down 150 Raben Ja dann versteckt euch mal Lass mal auf die warten Die ist aber unten Der Boss oder? Für den E-Drix Kann sein Ja dann ich geh da rein Ich geh mal unten rein Komm mit Hier kommen wir Folgen dir Da hinten Sieh da nix Zwei hab ich Ähm wir haben noch auf 150 und 1240 jemanden Ich auch Hä? Auf die Treppe rum Da sind ja nicht runtergerutscht Wo ist den anderen Fuchs? Hier beide auf der Treppe Hier oben Da war ein Side-and-Shot Äh ja da kommen noch ein paar Wir haben auch vor 150 auf 180 und 270 ist relativ close Ja Lass mich mal da weg Weil hier ist Ne ich will hier nicht durch die Scheiße laufen Hat einer noch von euch ein Bounty oder was hat? Ne Ich hab das Achso Ja Hallo Bei 210 ist ein einzelner Der steht da immer noch einzeln rum Bei 165 ist es weiter weg Draußen Ja ja Draußen Da ist auch keiner nicht Ja ja Guck mal mal erzählen Ja der ist Ja der ist Ja der ist 210 ein bisschen weiter weg Hinten an der Mauer oder so Da war ein Lichtgang Da irgendwie so So Ja Siehst du den oben? Ja Da Daumen drauf war der Der ist da hinten Hab ich War eine War eine Nonne ne? Hey Mary Okay Andere ist da 505 Deinen Turm drin In einem abgesägten Haus da Kann ich nicht sehen ist zu neblig Muss nur wissen von wo der schießt Dann lass mal hin pushen Komm Warte ich mach mal kurz die volle weg Ich hab die volle nicht weg Ist der runter gesprungen? Ist der irgendwo hin? Der ist unten Und der andere ist da oben Dreck Auf 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 Mein Gott Geh dieses scheiß Giftzeug mal weg Wo war der denn? Ah Huch 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 moment moment ja ich komme kurz rein auch holen kann ich mir kommt hier an ich sehe die einfach nicht wie du weggeschossen war weggeschossen und dann sich auf einmal diese dynamit synchron so haben wir den 3 oder 59 dinger kasse von luftbalance der mann die war echt allein die brennen ich habe nichts ich bin auch kein ich nur kein dings mehr mit ich habe sie das ist mit dem kleinen modpeter zu tun sie ist halt nichts naja so weil sie gefallen sollte das gerne lecker aber ich natürlich nicht vergessen und ich muss dann schon wieder entschalten tschüss